Willkommen zurück zu Hellblade Beim letzten Mal haben wir Ja, den Feuergott quasi Da liege ich da hinten bei der rechten Tür Jetzt müssen wir halt noch den Ymir töten, wenn ich mich nicht irre Damit wir hier hinten durch das Tumor von Hellheim durchgehen können Und ich bin gespannt ob ich das so schaffe, wie ich mir das vorstelle Ich hab keine Ahnung Aber wir gucken einfach mal Ach Valraven Ach Valraven war das genau, nicht Ymir Okay Na gut Dann gucken wir mal, was er für tolle Illusionen machen kann Mit Rabengestalten und Co KG Ich hab keine Ahnung Was haben wir da hinten? Ist das schon wieder so ein Erzählstein? Sieht so aus, ne? Ja 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 Odin ist natürlich Jedem ein Begriff Der Gott des Donners, wenn ich mich nicht irre, ne? Der nordischen Mythologie Nicht zu verwechseln mit Thor Ja, der seinen Hammer geschwungen hat Ja Ach ja, 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 ja Ja, ja, ja Nordische Mythologie ist schon was Feines Wenn man drin ist Ja, gut Ähm Ja, das sind halt alles geläufige Namen Die findest halt immer und immer wieder überall In allen möglichen Was ist denn das da? Aha Okay Ähm Da hinten ist ein Tor Da wollen wir auch gleich durch Ich will nur ganz kurz gucken Ob hier noch irgendwie irgendwo was ist Man weiß ja wie das ist Ja, dann mach doch mal die Brücke runter Aha Ja, sie hat's geschafft Ganz toll Was ist das hier? Was ist das hier für ein Tor? Warum ist das hier? Hm Na gut Gehen wir erstmal versuchen da diese Tür zu öffnen Illusion hides the path of Alraven Don't trust your eyes Find another way to see the truth Mhm Das kann ja interessant werden Wenn ich durch Illusionen hindurch Warten muss oder so Ich hab keine Ahnung Ich bin der falsche Typ der Illusionen durchschaut und so weißt du Aha Aha Heißt ich muss jetzt hier so durch Damit ich dann dadurch das Tür- äh durch die Türkante schon Raffiniert irgendwie Raffiniert irgendwie Okay Gehen wir mal hier hoch Aber das stimmt schon Wir alle wollen irgendwie Hinter Irgendwelche Tatsachen blicken können und sowas Und dann wollen wir es nicht mehr sehen Was ist das für eine Tür? Keine Tür die ich so einfach öffnen kann und es wurde plötzlich dunkel Und das wo wir doch die Dunkelheit nicht wirklich an uns ran lassen wollen Hm Ich ahne Ich sag bald wieder was kommen mag Jetzt wieder zurück Nee Entschuldigung gibt die Sonne auf Nee 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 Dann ist halt so die Frage Was tun wir hier? Wie tun wir was? Und wer ist Paul? Hm Ich wundere halt dass hier jetzt an der Tür nicht irgendwie eine Rune erscheint oder ich da Ach jetzt kann ich A drücken Ich hab vorher die ganze Zeit ungelogen hier A gedrückt Es hat nichts gebracht Leicht Wachs hat das Spiel ja dann doch Man muss auch dazu sagen Das ist kein Spiel das irgendwie von großem Publisher gepublischt wurde Na also das hat Ninja COE dann irgendwie selbst aus dem Boden gestampft quasi mehr oder weniger ohne halt auf irgendeine finanzielle Unterstützung als Publisher zu hoffen Und da kann natürlich solche Kleinigkeiten schon passieren Aber dafür halt dass sie es halt selbst finanziert haben Muss man wirklich sagen Grafisch gesehen sieht das halt grandios aus Ist einfach so So was haben wir denn hier? Eine Schäle von diesen komischen Kreaturen Ein Leichenhaufen Eine Tür Gehen wir mal zu der Tür Keine ganzen Leichen hier vorbei Oh kacke Die ist schon wieder Hallo Lass nass Nicht nett Nein Lass nass Komm Ach da ist auch noch einer Leck mich doch Ist doch nicht wahr Zack Gekontert Im richtigen Moment Gerade so Okay Okay Oh Gott da kommen ja noch welche Diese Möchtigen Baban hier So Vorbei ist it Jetzt hab ich's auch richtig drauf hier Gerade Ausnahmsweise mal Passierte nicht oft So Na was machst du denn? Nicht doch rumstehen und nichts tun Kollege Chef So nicht Oh Gott sie kommen In größerer Anzahl So So lange ich gleich wieder so ein Schildtyp ankommt ist alles okay Weil die mit dem Schild sind natürlich schon ein bisschen ätzend Okay Verdammt Das hat nicht ganz gut geklappt Wie ich mir das vorgestellt hab Okay der ist weg Und der andere? Der möchte gern mal baden Der haben wir auch erledigt Okay Die nördliche Möchtige will nicht stoppen Sie wird finden, was sie vorliegen Wieder eine Illusionstür Der Valravan Die Kraft der Illusion kommt aus den Räven Die Räven um die Räven um seine magische Schild um die Entschuldigung und die 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 Plötzlich fängt hier alles an zu leuchten Was ist jetzt genau von mir gewollt? Ich meine, das hier sieht ein bisschen so aus wie so ein Teil von diesem Symbol. Da kann ich lang. Um dann wohin zu gelangen? Nach oben, damit ich dann dieses Symbol besser sehen kann. Ja. So ein bisschen. Siehste? Okay. Also wieder runter, ne? Gucken wir mal ganz kurz, ob hier noch irgendwas ist. Aber ich glaube nicht. Okay. Dann gucken wir doch mal, was daraus wird. Wenn wir jetzt hier mal die Tür versuchen zu öffnen. Die Tour. Die Tortur. Das geht nicht auf, okay. Ich dachte, ich gucke mich einfach mal ein bisschen um. Aber anscheinend müssen wir einfach mal was anderes tun, womit diese Tür da aufgeht. Überall hängt dieser Schädel herab. Komische Augenreflexion da an den Holz. Das ist alles nur eine Illusion. Das ist alles gar nicht wahr. Hoffe ich. Wenn wir wieder diese Dinger rumhängen. Dann müssen wir halt nur zusehen, dass wir da irgendwie auf das Holz Dingens da kommen, wo halt diese Augen an dem Dingens sind. An dem Holz. Und dann mal gucken. Wo kommen wir denn da hin? Ist der das? Das ist nur eine Vogelschalche. Ich bin schon so ein bisschen verwirrt, ne? Aber nur so ein bisschen. Nicht mehr als sonst. Wie weitläufig auch das Gebiet hier ist, ne? Dafür, da ich ja nur... ...auf das eine Holzbühne will, rauf möchte. Das Holzgerüst. Nein, steht da wieder. Zumindest... ...glaubt er uns. Aber scheint es zu sein, dass er da steht. Aber er steht hier nicht. Okay. Gehen wir hier lang. Und wir sind jetzt hinter dieser Tür. Öffnen wir diese schon mal. Aber man weiß ja nie. Gehen wir hier lang. Wir heißen so eine Person wie ein Kind. Unsere, wie die Wahrheit, werden in der Suche von Penance verletzten. Others, wie Senua. Die Brüche ist ein Kurs. Die, die zurückzunehmen, haben sie immer verändert. Okay, jetzt ist da eine Treppe, die davor nicht war, ja? Okay. Hm. Na gut. Dann gehen wir da mal hin. Ich...ich...weiß schon gar nicht mehr, was ich glauben soll. Die Stimmen so die ganze Zeit so... Blub! Hier bitte, blub einfügen, danke. Jetzt manchmal auch nicht, kannst du einfach, aber...